Ist euch auch so warm wie wir? Willkommen wieder zurück zu Mario Kart Wii Fun Pack Wir sind jetzt hier, um ein bissel abzukühlen im Wupperstrand Ja, die Strecke kenne ich vom Verlauf her Tatsächlich auch sehr sehr gut Ich habe auch sehr böse Erinnerungen dran Holy Shit Ja, was? Das Rennen kann ich auch schon wieder komplett vergessen Weil wir spielen wie mein Musbietfahr schützen müssen Da eine Rote Das ist keine Rote Das ist zwar schon was Rotes, aber Ich bin lieber still Boah Allah Ich mach den doch mal Oh geil, ich hab den Bump Bremen Ja genau wohin schmeißt du den Bump hin? Das heißt, wir gerade schmeißen nicht auf rechts Das heißt, wir gerade schmeißen nicht auf rechts Aber im Moment liegt gerade so eine richtig schöne, kühle Prise rein Das tut wirklich sehr sehr gut Ich hasse diese Strecke Ich hasse diese Strecke Ich hasse diese Strecke Gute Strecke Und alle fragen sich so Warum nimmst du dieses Spiel so ernst? Ich muss dieses Spiel ernst nehmen Jetzt kommt Coopershell Pipeland Ja Irgendwie sagt mir der Name irgendwas Von Mr. E Und ich glaube der Untergrund kommt mir auch sehr sehr bekannt vor Ja Ist das auch der Kasten Die Strecke gewesen? Kann sein Ja klar Ja Klar schlägt er in die Seite rein Natürlich Was ist Warum sollte er sonst von hinten auffahren? Ja Ja Oh, hier kann auch schnell Ja 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 Du hast mich Das gibt es doch einfach nicht. Schon wieder eine Blue Shell. Und Blitz. Man kennt es aber. Diese Strecke ist unfolide. Wo ist meine Blue Shell hin? Alles klar. Alles klar. Das ist gut. Ja! Da konnte ich jetzt nichts mehr machen. Bruder! Piss dich! Yes! Papa einen sah, es ist weg. Aber das nächste kommt direkt. All right! 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 Ok! Ich bin mir uns sicher! Wow! Wow! Das ist ehrlich was... äh... sehr sehr sinnvoll passiert. Und schon beginnender Betriebs. Lass mich in Ruhe. Nein! Ach komm! Laber doch nicht! Jetzt kommt noch der Blushel! Okay. Ich frage mich gerade auf wie viele Blushels wir gerade sind. In diesem Let's Play. Ja, das soll ich sagen. Das ist ein guter Remake. Das war schon Blushel Nummer 3. In diesem Rennen. Okay, aber ich glaube das ist eher die aus Mario Kart 7. Ja, ist glaube ich die Sprungschanze ein bisschen besser für Mario Kart 3. Die. Die geeignet. Oder geeigneter. Alter, geh weg die. Okay. M1 sind wir jetzt auf dem ersten. Und ja, wie es aussieht. Kriegen wir noch ein paar Blushel. Oh, noch eine Blushel. Aber ja, was soll ich sonst kommen. Jetzt kommt noch eine Blushel. Ah, Blushel kommt. Okay. Ich würde sagen Schi-Chi. Natürlich. Ich wollte gerade sein. Wenn ich jetzt beim Ziel überholt werde, gehe ich heulen. Aber ne, passt. 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 Was ist noch von der Hehmo Davin. Ich nicht hab halt. Aber wenn Mario nicht so so von mir weg geht, dann mit den Oscar Heritage-Ner Ward natürlich hat Okay, das kann man ohne Pilz fahren und ohne als Dance. Bra! Lexacanon. Ah, hier kann man auch lang fahren. Ja, es gibt verschiedene Wege, das gefällt mir schonmal, diese Strecke, es ist auch schön gefahren, beziehungsweise eher so, ja, so Natur, so schön natürlich wirkt, diese Strecke besser gesagt. Was? Als ob sie mich noch so schnell überholt hat. Nein, Didi, nein, aber es wäre wahrscheinlich so stark, wenn wir uns kommen und mich wahrscheinlich zu töten. Aber ich glaube ohne Pilz schütze ich das glaube ich richtig ab. Aber Hauptsache bisschen erster. Oder? Oder? Bisschen erster. Okay. Das denke ich ist ein gutes Rennen für den Abschluss für heute. Ich wünsche euch auch eine gute Nacht. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Part. Bye, bye. Bis zum nächsten Part von Mario Kart Wii Fun Pack. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.